Ruven Schröder, also jener Ruven Schröder, der immer gesagt hat, ich stehe für ehrlichen Fußball und alles sowas, also der bei Mainz war und Schalke, der geht jetzt zu RB Leipzig. Das heißt, Schröder und Eberl, die immer so ganz dezent das Maul aufgerissen haben über RB Leipzig, sind jetzt dort, beziehungsweise stehen kurz vor dem Wechsel dahin. Unglaublich, unglaublich, aber was soll's, Geld, Money, yes.